Und recht herzlich willkommen wieder zurück zu unserem kleinen Minecraft Together. Ich bin nicht alleine. Wo ist er denn? Ja, moin moin. Ich bin natürlich auch wieder mit dabei. Genau. Bist du? Ich bin in deiner Bar. Guck mal, was ich aufhabe. Was hast du auf? Was ist das? Eine Rüstung. Wird man's gehen hier nicht übertragen? Vielleicht, weil du die Rüstung anhast und das das verbirgt. Jetzt! Ja, ein Weihnachtsmützli. Ach, das soll eine Weihnachtsmützli sein? Ja, also das erkennt man wohl. Na dann. Also bitte. Geht so. Ein netter Abonnent hier gemacht. Ich werde ihn auch mal unten drunter verlinken. Das habe ich ihm dann versprochen dafür. Wenn ich mich da angeschrieben habe, hätte ich das keine Mütze gemacht. Und ich finde es cool. Passt. Lass es den Hut aus. So, was machen wir denn heute? Wie ist es denn jetzt? Wie ist es denn? Ich gehe erstmal Schafe scheren. Genau. Und ich baue kurz mal die Zitanik auf. Ja, irgendeiner muss es ja machen. Ich brauche keine. Die Treppe wollte ich heute noch fertig bauen. Brauche ich meine Hilfe? Nee, lass mal. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade bauen soll. Ah, genau. Was ich noch sagen will. Wie gefällt euch mein Intro eigentlich? Das müsstet ihr jetzt gesehen haben, wenn ich es vorne dran haue. Ich schätze mal schon, wenn ich es nicht vergiss. Das erste Mal, dass das Intro vor dem Video ist. So, extra für Minecraft. Ich habe jetzt nochmal nachgefragt, ob man mir noch ein Neutrales machen könnte. Der verbirgt sich natürlich auch unten in der Videobeschreibung nochmal. Was baue ich denn? Was könnte ich bauen? Pack jetzt. Pack jetzt was. Banane. Haben wir gelbe Wolle? Nee, keine Ahnung. Gelbe Wolle haben wir. Banane bauen? Das wäre ewig geil. Ja, geht so, ne? Nee, also ich wollte ja mal eine Kirche bauen. Das glaube ich, dass ich das eher mal nicht mache. Stimmt, da war ja noch was. Wenn man da eine schöne Mühle, überleg. Ja, die Mühle, die noch nicht fertig ist, weil ich jetzt erstmal hier mit dem Leuchtturm beschäftigt bin. Die schönen Felder. Also wir haben schon einiges gebaut, wenn man mal hier so drüber guckt. Ja. Ist ja krass. Das stimmt wohl. Ja, liebe Leute, ich habe seit heute meinen neuen Rechner. Und die Sache ist die, dass es da erst noch ein paar Probleme gab. Ich hatte den bestellt und dann ging das Mainboard nicht. Das war ein bisschen doof, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich war ein bisschen sauer, aber auch nur ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Mein Board geht nicht. Ja, das war echt deprimierend. Naja, auf jeden Fall hat die neue Hardware direkt ein paar Probleme mit sich gebracht. Zum Beispiel, dass ich Minecraft nicht mehr mit DxTory aufnehmen kann. Ich hoffe, die Qualität ist trotzdem noch in Ordnung. Ich nehme jetzt mit Fraps auf im Moment, weil es einfach nicht anders geht. Mit Fraps? Mit Fraps, genau. Hm. Es geht leider im Moment nicht anders, aber da müssen wir jetzt durch. Und ich muss jetzt mal gucken hier, weil hier hat irgendwo noch Wolle gefehlt. Und zwar hier. Ich will auf dem Berg jetzt ein Haus bauen. So, das mache ich jetzt. Ich will mit meinem geilen Haus anfangen, wo dann hier die wunderschöne Aussicht auf unser Dorf dann hat. Das will ich jetzt machen. War Spaß. Das hängt mir schon ein paar Folgen. Da will ich das unbedingt machen. Ich denke mir, aber vielleicht kann man hier noch was machen. Aber jetzt bin ich fertig. Ich war fertig noch nicht, aber da hatte ich jetzt richtig Bock drauf. Da gehe ich jetzt. Fertig mit den Nerven? Nee, noch nicht. Erst nach der Stunde mit dir aufnehmen bin ich fertig mit den Nerven. Hahaha. Oh. Ich habe ja fast gelacht. Ich habe gelacht. Siehste? Ja. Immerhin einer. Soll sie über sich selber lachen können, über seine Witze. Ja. Ja, aufgrund der Schwierigkeiten in den letzten Tagen mit den Rechnern und hat man nicht gesehen, sind nach dem Moment ein bisschen unregelmäßig die Videos, aber das wird jetzt wieder eine Regelmäßigkeit finden, sodass ihr dann wirklich wieder täglich um bestimmte Uhrzeiten eure Videos zu sehen bekommt. Weil es war einfach ein Krampf und war nicht schön. Muss man ja einfach mal so sagen. Ich brauche hier einen klar Kontrast. Haben wir noch gebrannte Steine? Weiß ich nicht. Im Idealfall viele? Das weiß ich nicht. Ja. Zu allem Überfluss hat dann heute auch noch der Server rumgespackt mal wieder. Letztendlich machen wir es jetzt so, dass ich den auf meinem Privat-PC hoste. Und, äh, ja. Aber was will man tun? Stein. Jede Menge. Stein. So, weiße Wolle brauche ich jetzt auch. Keinen Stein. Ganz, ganz viel. Wie viel brauchst du denn? Ne, ich nehme mir mal so zwei, drei Stacks. Ich gucke, ob man ein Schärchen findet. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel... Ich kann dir aber hier... Ich habe auch noch einen Stack. Den kann ich dir schon mal geben. Wenn du den nicht brauchst... Wenn du mir sagst, wo du bist. Ja, ich komme gleich zu dir. Okay, dann baue ich an meinem... Weiß mal weiße Wolle, weil ich will das natürlich so einen kleinen, bisschen moderneren Stil bauen da oben. Finde ich auch das Mittelalterlich sein hier. So, ich bin unterm Leuchtturm. Unterm Leuchtturm? Unterm Leuchtturm meine ich damit. Ach da. Hallo, siehst du mich? Ich seh dich, ich habe die Wolle auch schon dahingeschmissen. Danke, 64 und einer. War das beabsichtigt? Okay. Ja. Ja, das war genau das, was ich hatte. Super. Ich gehe jetzt erstmal mit meinem Shirley da durch. Shirley, komm her. Ja, da braucht kein Mensch. Ach, du hast auch die weißen Schafe hier geschert. Ich schere immer die Schafe, die ich brauche. Und zwar die weißen und die roten. Sonst nix. Okay, da waren auch noch teilweise welche waren. So, Schermeister. Sascha geht hier mal durch. Na, ihr kleine Schafe. Ja, da ist jemand mit Elan dran. So, erstmal wenn es dunkel ist, loslaufen. Oder dunkel wird, besser gesagt. Sehr intelligent. Aber egal. Ich habe ein Schwert. Ich kann mich wehren. Soll kein Helm auf, aber... Oh yeah. Oh yeah. Obwohl, den kann ich jetzt mal kurz wieder aufziehen. Du machst das. Auf das. Mal gucken, wo wir dann hingehen. Ich will eine Aussicht auf unser Dorf natürlich haben. Ach, jetzt mit dem neuen Rechner habe ich richtig Bock aufzunehmen, weil es so viele Sachen gibt, die ich jetzt aufnehmen kann. Ich bin schon sauber, Spruch an Minecraft, dass es die Map nachladet. Werdig. Abka, Kadabra, lade nach, oder? Hallo? Ah ja, jetzt. Alles nachgeladen. Alles gut. Oh Gott, jetzt muss ich wieder unter die Bergsteiger gehen. Also, upser. Erstmal ein Loch reinfallen. Ich dachte, du wolltest ein Dingens bauen. Ich muss auf den Berg drauf. Ich will da oben was bauen. Du willst eine Bergkirsche bauen? Nein, keine Kirche. Ein Haus. Richtig geil. Ein Balkon. Schattet irgendwas mit Kirsche im Kopf. Hörst mir zu, hey. Wahnsinn. Jo. Immer. Hier geht's nicht weiter. Das wird schon funktionieren hier. Hier hoch in Schnee. Würde ich jetzt nicht so gut, dass hier Schnee liegt. Also, man kann das ja positiv und negativ sehen. Realistisch ist es, aber so zum Bauen Schnee. Ist mir gerade nicht so gut. Ist nicht so geil. Egal. Ja, kriegst du schon hin. Es ist aber kalt. Also, ja, musst du durch. Bin ich auf dem falschen Berg, oder? Nee. Äh, jetzt habe ich die Sicht nicht so weit. Moment, Leute. Äh, Sichtfeld. So. Okay, das war nix. Okay. Saniert ist, oder? Ruckler? Oh. Gucken, wo unser Dörfle ist, damit ich die beste Position hier ausmachen kann. Komm, lade nach. Minecraft-Wand. Lade nach. Hinten leuchtet's. Ja, seht ihr, ich bin auf dem falschen Berg. Was? Ja gut, es könnte sein, dass es halt ein bisschen braucht, bis meine lasche Internetleitung das hochgeladen hat. Ja, nö, ich glaube, das liegt eher an meinen. Auf deinem Computers verfügbar ist. So. Hier. Da hat man sogar noch ein bisschen Sicht aufs Meer. Wo geht denn die Sonne? Auf rechts, links. Das ist dumm. Da mache ich einen großen Balkon. Hm. Okay. Wird ja nur ein ganz klein bisschen Arbeit, also ist ja nicht viel, was wir hier machen müssen. Gott des Willen, ja. Ich habe auch noch jede Menge zu tun, von daher. Hm. Jetzt hat es doch kaum noch Steine. Ich muss mal neue Steine brennen hier. Ich mache jetzt hier mal eine Fläche. Dann fülle ich das damit auf. Gucken, ob ich das nach und nach vielleicht abtrage. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe keinen Plan, ne? Ich. Ich habe gar keine Gedanken drüber gemacht, aber ich habe Schneebälle, mit denen ich dich nachher bewerfen kann. Ganz, ganz viel, ne? Uh, toll. Ich bin so stolz auf dich. So stolz. Dann machst du irgendwas, was du davon hast. Geht ab. Da können Schneemänner bauen. Was ist das denn hier? Sieht aus wie ein Wookie. Nee, Quatsch. Kein Wookie. Diese kleinen Viecher, die den Schrottsammel mit ihrer Riesenmaschine aus Star Wars. Weißt du, wen ich meine? Nö, dann nicht. Warte nicht. Dann nicht. Ach, hier haben wir eine Kies, Kies. Stein, Stein. Finde ich gut. Haben wir noch irgendwo mehr Stein? Stein. Ich gucke mal noch, was der Keller hergibt. Robben, nom, 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 nom. Nee, Erde, Erde, Erde. Stein, 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 Stein. Pflasterstein, Pflasterstein. Äh, ist ja alles. 4. 1, 2, 3, 4. Zack, zack, zack. Dann brenne ich mal noch ein bisschen was. Mit dem Holz anfangen. So mit dem Holz, oder? Boah, ich muss gerade einfach mal was ansprechen. Hast du mal das ein oder andere Video gesehen, wie die Leute auf diese scheiß Playstation 4 abgehen? Hm, nö. Naja, auf jeden Fall gibt es da Videos, wie die Leute sich in diversen Mediamärkten, etc. Äh... Fast die Köpfe einrennen, um an so eine Konsole zu kommen. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja immer ausverkauft. Ja, ist die auch. Wird auf Ebay für schlappe 600 Euro gehandelt. Ja, wenn ich das wusste, hätte ich mir auch eine Farbe stellen und auf Ebay dann verteckt. Ja. Ui, es schneit. Wie geht es geil aus? Und nicht nur das. Das sind nur die Auktionen. Die Sofortkaufdinger gehen hoch bis 1100 Euro und anscheinend scheint die auch jemand zu kaufen. Uh. Uh. Regnet? Nee, es schneit. Ui, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das jetzt schwindig geworden ist. Oh, je, je, je. Alter, das schuld. Was hast du getan? Ich hab noch oben geguckt und hab die ganze Zeit die Maus hin und her bewegt, weil es schneit. Alter, das sieht so krass aus mit dem Tech-Champ. Ach ja, herrlich. Sinnlose Sachen machen in Minecraft ist immer noch am schönsten. Hey, meine Bude wird hier vollgeschnallt. Was soll denn das jetzt? Find ich nicht so okay. So. So richtig vollgeschnallt? Ja, es schneit ganz schön, ja. Ich bin auch noch nicht wirklich weit im Bauen. Wie mach ich denn denn das hier? Das soll so das vordere Abteil werden. Ich weiß nicht genau, mit welchem Stein ich hier was bauen soll momentan noch. Mein Problem. Wieso? Ich hab jetzt gedacht, so ein bisschen aus Holz. Aus Holzbrettern eine Mauer hochziehen. Ich weiß nicht. Aber weißt du, was ich jetzt eigentlich mal probieren müsste mit dem neuen Prozessor? Aber was hat er, ich denke? Shader? Ah, gibt's eh noch nicht. Du benutzt auch Shader, oder? Gibt doch keine. Ist doch kein Forge draußen. Ach, stimmt. Da war ja was. Ich bin ein bisschen Brain-Arf-Kar im Moment. Aber hey, was soll's. Guten Morgen, Adrox. Lass mich. Wir gehen mal rüber. Wie viel bin ich jetzt hier rübergegangen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Erst mal zählen lernen wieder mal. Boah. Samtags. Das ist schon ein bisschen tricky, Bart. Nein, keine Erde. Was machst du denn? Da hast du Sachen verzaubert und nicht das bekommen, was du wolltest. Ich hab gerade Erde hingeblendet, obwohl ich da eigentlich was anderes hinblenden wollte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, zählen gelernt. Das reicht für heute. Ah, je. Hier ist ein Skelett, was mich einholen will. Aber ich baue schneller, als das Skelett mich einholt. Obwohl, weiß man nicht. Ich weiß jetzt, wie man Pferde zähmt. Okay. Brauch mal, bräuchte man ein Seil. Keine Ahnung, wie man das craftet. So, scheiß Zabi. Oder bräuchte ich einen Sattel, um drauf zu reiten. Dann wüsste ich, wie es geht. Okay. Ja, ja, drauf zu reiten. Wir sind ja schon mal auf den Viechern geritten. So mehr oder weniger. Eher weniger, aber gut. Neun, eins, zwei, vier. Kommt hier eine Tür rein. Vielleicht ein bisschen größer. Oder hier Glas an die Seite. So Glasblecke. Boah, das wäre eh nicht geil, ne? Na? Hier kommt der Balkon hin. Ich muss gleich mal gucken kommen, was du da so treibst. Ich weiß nicht, ob du viel gucken kannst, dann noch nicht.